Dies gleich mal vorweg. Der Rückblick auf den gestrigen Tag mit Höchstwerten, Tiefstwerten, Sonnenscheindauer und Niederschlag war nicht verfügbar. Wir hatten ja die Höchstwerte gestern schon besprochen. Es gab zwei Orte mit 19,7 Grad, also gerundet 20 Grad. Wir hatten auch einen neuen Monatsrekord und viele neue Dekadenrekorde aufgrund der Wärme. Vor wenigen Tagen hatten wir noch, wie hier der Stefan in Südbrandenburg fotografiert hat, Frühwinter mit Schnee bis ins Flachland oder der Martin Bender hier im südlichen Landkreis Landsberg am Lech. Und dann kam eben der Frühling. Und dieses Bild hier sieht vom David bei Bad Ischl so aus, als wäre März. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten März, dann wäre es noch zwei Monate oder knapp zwei Monate bis zum Mai. Und so ist es noch ein halbes Jahr hin. Wir gehen ja erst noch mal auf die Talsohle zu. Das dauert noch eine Weile. Grüße Sie und Grüße euch. Als Hintergrundbild nehmen wir das. Das ist ein bisschen höher jetzt. Da liegt dann auch Schnee. Das ist übrigens fast auf den Tag genau vor einem Jahr aufgenommen worden, auf dem Stubayer Gletscher. Und wenn wir Temperaturen haben wie gestern, dann hatten wir in 3000 Meter Höhe um die 0 Grad. Das ist irre hoch. Um diese Jahreszeit vor wenigen Tagen waren es noch minus 20 Grad. Aber es geht wieder in die andere Richtung. Und wir hatten ja die letzten Tage schon besprochen, dass es da um einen Kaltlufttropfen gehen könnte. Und auch das amerikanische Modell hat mit seinem Nachtlauf jetzt einen Kaltlufttropfen ausgepackt. Und das würde rein theoretisch in den nächsten zehn Tagen als fester Niederschlag, also als Schnee kommen. Da hätten wir besonders am Alpenrand, speziell am westlichen Oberbayern, Schwabenallgäu, südliches Württemberg, Vorarlberg, Tiroler Oberland und in Teilen der Schweiz eine ordentliche Schneesumme, die da runterkommt. Und auch eine ordentliche Schneehöhe, die dann liegen bleiben würde am 4. Dezember. Und wenn wir mal die Grafik wechseln, dann sähe das Ganze so aus nach dem amerikanischen Modell, so nach dem europäischen Modell. Da sind Andeutungen dabei. Dieser Schnee, der hier in Frankreich ist, würde dann übrigens Richtung Benelux-Länder und in den Westen Deutschlands ein paar Tage später ziehen. Aber wir haben ja Stichtag 4. Dezember. Und das kanadische GEM-Modell macht ähnlich wie das amerikanische GFS-Modell alles hier im Süden. Und durch den Kaltlufttropfen hätten wir südlich von Main und Mosel dann eben eine Schneedecke und wieder frühwinterliche Verhältnisse. Aber auch sonst wäre es bei Weitem nicht mehr so gemild wie derzeit. Wir hatten ja gestern und werden auch heute nochmal diese extremen Temperaturen haben und dann ist wieder Schluss damit. Und so sähe es mit dem Kaltlufttropfen aus. Das ist jetzt der 1. Dezember, also der Sonntag, gleichzeitig auch der 1. Advent nach dem amerikanischen Modell mit dem Höhentief hier über der Adria. Dreht seine Kreise und da ist sogar eine minus 10 Grad Isotherme über Tirol und minus 5 Grad über dem Südosten Deutschlands. Wäre kalt genug für Schnee. Das europäische ECMWF-Modell macht das auch nur so ein bisschen als Ei zusammengestaucht mit ähnlichen Temperaturen. Und nehmen wir das noch dazu, das kanadische GEM-Modell macht hier auch das nur klein, wenig kleiner, was den Höhentiefdruck angeht und die Temperaturen einen Tacken milder, aber ansonsten von der Struktur her ähnlich. Da kommt also eine relativ interessante Wetterlage auf uns zu. Schauen wir uns das mal in den Ensembles an und jetzt wird es ein bisschen anders. Da ist der Hauptlauf hier in hellgrün ziemlich weit unten in Garmisch. Der Gitterpunkt hier zeigt, dass es das Normale, also der Durchschnitt Normale in Anführungszeichen, setzt sich ja zusammen aus 30 verschiedenen Jahren. Und die weiße Linie das Mittel aller Berechnungen. Unten sind die Niederschlagsignale. Dann, wenn es runter geht mit den Temperaturen, ist noch Niederschlag dabei, der in Schnee übergeht. Dann kommen trockene Tage und dann mögliche weitere Niederschläge hinten raus, immer wieder bei durchschnittlichen Temperaturen. Wir haben allerdings auch sehr milde Läufe und eisige Läufe dabei. Das europäische ECMWF-Modell geht mit seinem ganzen Pulk an Läufen herunter und zwar deutlich. Da ist nur eine Handvoll dabei, das sind gerade mal 10 Prozent, die bleiben oben oder gehen wieder nach oben und brächten ja auch Niederschläge, die in Schnee übergehen. Hinten raus auch die Zweiteilung, ein milder Cluster und teilweise ein sehr kalter Cluster. Und jetzt wechseln wir von den Alpentälern an die Nordsee. Steht sich jemand mit mir jetzt an den Hafen von Husum? Kennt ihr das da? Da höre ich schon gleich wieder die Möwen schreien. Da ist der Kaltlufttropfen auch so ein bisschen drin mit seinen Ausläufern. Zu niedrigen Temperaturen hier im Vergleich zu den anderen Läufen, ein paar trockene Tage, dann auch hier die Nässe. Und übrigens das, was wir die letzten Tage, das ist ja in Garmisch nicht so stark ausgeprägt, aber im Norden Deutschlands, da ging es ja von unten nach oben. Und jetzt ist es umgekehrt. Es geht von fast 15 Grad in 1500 Meter Höhe auf knapp unter 0 Grad. Also kurz mal 15 Grad runter mit den Temperaturen der Luftmasse. Hinten raus auch eher durchschnittlich. Und das europäische ECMWF-Modell sieht genauso aus. In Summe soll das runterkommen in den rund nächsten zwei Wochen bis zum 9. Dezember nach dem europäischen Modell. Auf der Alpensüdseite wieder mehr. Da freuen sich auch die Skigebiete. Im Westen Deutschlands auch ein paar größere. Im Osten weniger große Niederschläge. Das amerikanische Modell war mit seinem Nachtlauf bedingt eben durch den Kaltlufttropfen auch relativ nass. Hier haben wir den Höhepunkt der Niederschläge auf der Alpen-Nordseite. Wieder im Allgäu, in Vorarlberg und im Osten der Schweiz. Und dann haben wir nochmal um die Karawanken auch ein Niederschlagsbuckel. Und der trockenste Lauf von gestern, das war der sogenannte Frühlauf. Der Luller, der hat am Alpenrand die Niederschläge gebracht und an der See sonst relativ wenig. Das war der trockene Nuller. Schauen wir auf die Wetterlage. Den Sonntag haben wir schon besprochen. Wir müssen aber noch den Dienstag besprechen. Die kommende Nacht, da zieht die Frontalzone wieder rein. Die sehr milde Strömung zieht nach Osten ab und wird durch gemäßigte Luft ersetzt. Und dann fängt sich an, von diesem Tief hier so ein Bommel abzuschnüren. Und das wird dann zum Kaltlufttropfen werden hier mit der 552er, die nördlich oder eine nördliche Strömung bringt. Und alles, was an Feuchtigkeit da ist, dann auch gegen die Alpen und die Mittelgebirge drückt schon am Vortag, am Donnerstag. Und da gibt es dann eben noch ein paar Regen und Schneefälle. Heute verzögert sich das ein bisschen mit den Regenfällen. Am Vormittag haben wir das Ganze im äußersten Westen Mitteleuropas. Zieht dann immer weiter Richtung zum Nachmittag Schleswig-Holstein, dann westliches Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Sonst hält es noch. Und dadurch, dass es ein bisschen später kommt, hat die Sonne nochmal gut Zeit zu scheinen. Erstens das und zweitens mit dem Wind die Luft zu durchmischen. Und wir dürften heute noch einmal Werte bekommen, die an die 20 Grad rangehen. Und vielleicht schaffen wir sogar den offiziellen Sprung an die 20,0 Grad oder bleiben wie gestern knapp darunter. Ansonsten sind es 10 bis 16 Grad und in den Niederungen im Osten maximal 6 Grad. Apropos Niederungen, es gab gestern viel Durchmischung. Es hat sich der Wind durchgesetzt, dadurch hatten wir vielerorts sehr warme Werte. Es gab nur einzelne Gebiete in den Alpen. Da sind wir tatsächlich kaum über 0 Grad rausgekommen. Das liegt dann daran, das Tal ist hier so eine Mulde, der Wind streicht drüber und schafft es nicht, bis darunter zu kommen. Deshalb ist es oftmals so im Winter, dass wir in windgeschützten Alpentälern eine Schneedecke haben. Und auf den Bergen ist der Schnee schon weg. Morgen, also über Nacht, zieht ja ein Regengebiet durch. Das klemmt morgen noch im Südosten in den Bergen Schneides. Von Nordwesten kommen nochmal Schauer herangezogen. Am Nachmittag kommt dann eine Zone mit etwas freundlicherer Witterung. So haben wir morgen früh noch ein paar Schneefälle, oberhalb von 1400 Meter Höhe, unten drunter Regen. Im Westen folgen ein paar Schauer nach. Tagsüber kommt so eine Schauerstaffel herangezogen. Die liegt im äußersten Nordwesten. An den Alpen noch Regen, oberhalb von 1200 Meter Höhe Schnee. Lässt nach, klingt später ab. Sonst kommt vorübergehend die Sonne heraus. Dieser nervige und ruppige Wind bleibt. Bei Temperaturen, wo sind die Temperaturen denn? Das hatte ich 5 bis 11 Grad waren es. So 5 bis 11 Grad und nur ein paar Grad plus. Hier 4, 3, 4 Grad im Südosten. Habe ich vergessen, die Zahlen damit abzuspeichern. Am Mittwoch kommt von Südwesten her dieses Tief herangezogen. Schraubt sich dann genau über NRW. Erstmal mit starkem Niederschlag und vor allen Dingen mit viel Wind. Da kommt es herangezogen. Im Süden ist es leicht föhnig. In weiten Teilen im Osten Österreichs, in den Niederungen, teilweise auch an der unteren Donau und in der südlichen Oberpfalz, rund um das Böhmische Wecken, haben wir viel Hochnebel. Da ist auch kaum Wind, auch im Schweizer Mittelland, so vom Boden, sie bis Zürich rüber. Da kann es gut und gerne mal ein paar längere Hochnebelfelder haben, sonst ein paar dünne, hohe Wolkenfelder. Der Wind kommt vor dem Tief stark bis stürmisch auffrischend aus südlichen Richtungen, auf der anderen Seite aus nordöstlichen Richtungen. Und das alte Frontensystem bringt hier auch nochmal Süd-Süd-West-Wind im äußersten Norden. 5 bis 11 Grad die Höchstwerte im Südwesten bis zu 13 Grad im Hochnebel oder unterm Hochnebel maximal nur 2 Grad. Am Donnerstag zieht dann die Front durch, bringt wahrscheinlich an den Alpen dann Schnee. Es wird auch sehr windig sein. Dahinter kommt die Sonne heraus und im Norden haben wir das andere Tief. Hier ist die Front, die nach Süden zieht und da dreht das Tief mit stürmischem Wind seine Kreise und Regen bei Höchstwerten von 1 bis 10 Grad. Von Freitag bis Sonntag, das habe ich jetzt mal über einen Kamm geschert, da sind sich alle Modelle einig und vor allen Dingen sind sich auch alle Tage ähnlich. Wir haben in der Süd-Ost-Hälfte immer mal wieder Wolken, die von Osten reinziehen. Die meisten von der Niederlausitz bis in den Osten Österreichs mit einigen Schneefällen. Gelegentlich ziehen auch mal weiter westwärts einzelne schlaffe Schneeschauer durch. Das ist ja fast ein Zungenbrecher. Sonst bleibt es sonnig. Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei minus 1 bis plus 9 Grad. Schauen wir auf die Ensembles, da gehen die Temperaturen wieder runter im Norden auf um die 5 Grad. Hinten raus sind ein paar ziemlich kalte Läufe dabei, die würden dann auch Schnee bringen. Bis dahin gibt es aber keine Schneesignale, zwar den Regen. Schneesignale kommen erst so um den Nikolaustag wieder auf. Im Westen auch nach den um die 15 Grad geht es runter auf unter 10, dann auf um die 5 Grad. Erst mal nur Regen, ein paar Schneesignale dann auch in der ersten Dezember-Dekade. In der Mitte Deutschlands deutlicher Temperaturrückgang dann wieder. Im Mittelwerte nur von ein paar Grad plus. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, aber genauso gut nach unten mit Dauerfrostniederschlägen, die als Schnee runterkommen würden. Im Osten gehen wir auch von der Wärme wieder runter, von über 10 auf um und unter 5 Grad. Niederschläge nehmen dann Anfang Dezember zu, die als Schnee runterkommen können. Im Süden, da geht es auch wieder zwar runter mit den Temperaturen, aber wir haben hier einen riesigen Range. Da sind Läufe dabei, das ist der milde Cluster, die werden tief vorderseitig mit Föhn, ähnlich wie wir es jetzt hatten. Und dann der andere Cluster, der kälter ist und der Hauptlauf und der Kontrolllauf sind ziemlich kalt. Teilweise sogar mit Dauerfrost und ein paar Niederschlägen und hier sind auch mehr Schneesignale dabei. Das gleiche für Basel, auch da geht es runter mit den Temperaturen, spürbar. Anfang Dezember dann auch Niederschlagsignale als Schnee und zu guter vorletzt der Blick nach Graz in die Steiermark. Da geht es ein bisschen rauf mit den Temperaturen, dann wieder runter. Gelegentlich gibt es Niederschläge, Anfang Dezember dann teilweise auch wieder als Schnee. Gestern schon angekündigt und gesagt, wir machen das auch heute wieder. Wir gehen die vier Einzel-CFS-Läufe durch, was das momentane Berechnungsgedöns angeht zu Weihnachten. Und da hätten wir bei Lauf 1 eine eher westliche bis nordwestliche Strömung, wäre nasskalt, unwinterlich, grüne Weihnachten. Der nächste Lauf zeigt eher eine südwestliche Strömung, sehr milde Temperaturen, nicht mal im Berglandschnee, also frischer Schnee. Natürlich liegt da irgendwas Altes dann rum, also Schnee, aber sonst nix, da käme auch nichts. Der nächste Lauf zeigt eine Westlage mit Wind und relativ milden Temperaturen, das wäre höchstens im Bergland was. Und nur ein Lauf ist dabei, der eine Nordlage brächte am Rande des Hochs mit kälteren Temperaturen und der kleinen Option auf Schnee. Ich habe gestern noch so ein bisschen kommentiert, was die Läufe sonst noch gemacht haben. Alle vier Läufe bringen übrigens, das sind ja wie Hauptläufe, den Kaltlufttropfen in dieser Woche. Dann eine Rumdümpel Lage, einen ziemlich unwinterlichen Januar, mal mit Süd, Südwest, dann wieder mit Hochdruck, ähnlich wie wir es jetzt haben. Und in allen Läufen wäre der Februar ziemlich knackig. Einen knackigen Wochenstart und bis später.